Der Mann auf dem Bild fährt Fahrrad. Er bringt Briefe zu den Häusern, weil er Postbote von Beruf ist. Da sind zwei Ärzte auf dem Bild oder ein Arzt und eine Krankenschwester. Das weiß ich nicht genau. Sie sehen sich etwas an. Ich glaube, das Kind möchte Feuerwehrmann werden. Es hat eine Jacke von der Feuerwehr an und trägt einen Helm. Das Kind in der Mitte möchte wahrscheinlich Krankenschwester werden. Und das Mädchen rechts möchte Körin werden, denke ich. Es hat einen großen Kochtopf in der Hand und eine Kochmütze auf dem Kopf. Ich finde Anzeige besonders interessant, weil ich Ingenieurin von Beruf bin. Aber ich möchte nicht so gern in München arbeiten. Ich finde Anzeige interessant, denn ich bin Verkäufer von Beruf. Ich habe auch als Obstverkäufer auf einem Markt gearbeitet. Deshalb passt Anzeige besonders gut zu mir. Für mich ist Anzeige besonders interessant, weil ich Köchin von Beruf bin und Berufserfahrung habe. Der Arbeitgeber sucht einen Koch oder eine Kochin. Die Stelle ist einem kleinen Restaurant. Man soll pünktlich und kreativ sein und schon Berufserfahrung haben. Man kann ab nächstem Monat anfangen. Der Arbeitgeber sucht einen Verkäufer oder eine Verkäuferin. Man soll auf 400 Euro Basis arbeiten und auf dem Markt Obst und Gemüse verkaufen. Der Mitarbeiter soll freundlich sein. Man braucht keine Berufserfahrung. Der Arbeitgeber sucht einen Ingenieur oder eine Ingenieurin. Der Mitarbeiter soll zuverlässig und teamfähig sein und soll mindestens zwei Jahre Berufserfahrung haben. Man muss in München arbeiten, manchmal aber auch für eine Woche im Ausland. Der Arbeitgeber sucht einen Verkaufsprofi. Man muss bei dieser Arbeit Kontakte mit anderen Ländern herstellen und pflegen und Produkte vermarkten. Der Mitarbeiter soll gepflegt auftreten, zuverlässig sein und eigenständig arbeiten. Man arbeitet in einem internationalen Unternehmen in Vollzeit. Der Arbeitgeber sucht eine Fremdsprachesekretärin für Deutsch, Englisch und mindestens für eine weitere Sprache. Man soll in Teilzeit arbeiten, mit bis zu 25 Stunden pro Woche. Die Arbeitszeiten sind flexibel und die Bezahlung liegt über dem Tarif. Beruf, Tätigkeit Konnten Sie mir sagen, welche Tätigkeiten man ausüben muss? Ich wusste gern, welchen Beruf man für die Stelle haben muss. Arbeitszeiten Könnten Sie mir bitte die genauen Arbeitszeiten nennen? Mich würde interessieren, wie die Arbeitszeiten genau sind. Kompetenzen Könnten Sie mir sagen, welche Kompetenzen man für die Stelle haben muss? Ich möchte gerne noch wissen, welche Kompetenzen man haben sollte. Berufserfahrung Berufserfahrung Könnten Sie mir bitte sagen, ob man für diese Stelle schon Berufserfahrung haben sollte? Ich wusste gern, wie viel Berufserfahrung man für diese Stelle haben sollte. Gehalt Könnten Sie mir vielleicht noch sagen, wie hoch das Gehalt ist? Mich würde außerdem noch die Höhe das Gehalt interessieren. Urlaub Könnten Sie mir auch noch sagen, wie viel Urlaub man hat? Ich möchte außerdem gern noch wissen, wie viel Urlaub man pro Jahr hat. Ansprechpartner Konnten Sie mir sagen, wer der Ansprechpartner ist, an den ich meine Bewerbung schicken kann? Ich wusste gern noch, an wen ich meine Bewerbungsunterlagen schicken kann. Sich bewerben An wen soll ich die Bewerbung schicken? Schicken Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen. Was heißt das? Komplette Bewerbungsunterlagen heisst Ein Anschreiben Einen Lebenslauf mit Foto Kopien von den Zeugnissen Von früheren Arbeitgebern Von Schul- oder Berufsschlüssen Inklusive auch von Sprachprüfungen, Praktika und so weiter Auf dem Bild sind zwei Personen, ein Mann und eine Frau. Der Mann hat einen Brief oder Unterlagen in der Hand. Beide sitzen an einem Tisch. Die Frau lächelt den Mann an, aber ich glaube, sie ist auch ein bisschen nervös. Vielleicht ist das ihr Chef oder sie hat sich beworben und hat jetzt einen Vorstellungsgespräch. Wahrscheinlich ist sie aufgeregt, weil sie nicht weiss, ob sie die Stelle bekommt. Den Mann sieht man nur von hinten und ein bisschen von der Seite. Ich weiss nicht, wie sein Gesicht aussieht und wie er sich vielleicht fühlt. Aber ich denke, wenn die Frau sich bewirbt, ist er bestimmter Chef und er ist nicht nervös. Der Mann fragt vielleicht, wo die Frau schon gearbeitet hat und die Frau erzählt von ihrer Ausbildung und ihrer früheren Arbeit. Vielleicht hat der Mann auch Fragen zu dem Beruf oder Lebenslauf. Möglicherweise fragt er auch, wann die Frau anfangen kann zu arbeiten. Ich denke, sie sagt, dass sie schon bald anfangen kann. Am Ende sagen vielleicht beide Danke und sie verabschieden sich. Der Mann sagt am Ende vielleicht auch noch, ob die Frau die Stelle bekommt. Oder er sagt, dass die Frau noch ein paar Tage warten soll. Ich bin pünktlich und zuverlässig. Ich kann meine Arbeit gut organisieren. Außerdem kann ich gut am Computer schreiben und kenne auch verschiedene Computerprogramme, zum Beispiel Word und Excel. Mit Menschen arbeite ich gern, weil man zusammen besser arbeiten kann. Man kann miteinander sprechen und die Arbeit gut aufteilen. Außerdem lerne ich einfach gerne neue Menschen kennen. Ich habe in einem Restaurant als Kellner gearbeitet und mich um die Gäste gekümmert. Außerdem habe ich in der Küche geholfen. Manchmal habe ich auch anderen Kellnern erklärt, was sie machen müssen. Auch das Einkaufen und Getränken gehörten manchmal zu meinen Tätigkeiten. Auf dem Bild sieht man die Beine und die Arme von einer Person. Ich denke, diese Person wartet auf etwas und sie ist nervös. Manchmal sitze ich auch so, wenn ich auf etwas Wichtiges warte. Ich glaube, man sieht auch ohne Worte, wie sich eine Person fühlt. Man kann zum Beispiel traurig gucken oder wenn man lacht, wissen andere, dass man fröhlich ist und es einem gut geht. Ich denke, man sollte bei einem Bewerbungsgespräch pünktlich sein. Ja, das ist sehr wichtig. Und ich glaube, man muss auch gute Sachen anziehen. Vielleicht ein Hemd oder sogar einen Anzug. Stimmt, man darf auf keinen Fall schmutzige oder ganz alte und kaputte Sachen anziehen. Können Frauen Make-up benutzen? Ich bin mir nicht sicher. Ich auch nicht. Ich denke, es kommt auf die Stelle an. Ja, vielleicht. Ein bisschen Make-up ist bestimmt okay, aber es sollte nicht zu viel sein, oder? Ja, ich denke, auch so. Und Parfüm sollte man auch nur ganz wenig benutzen. Manche Leute mögen Parfüm nicht so gern. Stimmt, ich auch nicht. Und was sagt man am Anfang zur Begrüßung? Einfach Hallo, oder? Ich weiß nicht. Man sollte besser Guten Morgen oder Guten Tag sagen. Ach so, wahrscheinlich hast du recht. Und am Ende sagt man Auf Wiedersehen. Ich muss Waren in die Regale sortieren. Ich berate auch Kunden. Manchmal muss ich auch an die Kasse, um zu kassieren, oder ins Lager, um neue Waren zu holen. Ich muss auch manchmal mit der Zentrale telefonieren. Konnten Sie für mich Waren in die Regale sortieren? Ja, das kann ich für Sie machen. Wurden Sie bitte die Kunden für mich beraten? Nein, das geht leider nicht, weil ich mich damit nicht auskenne. Konnten Sie für mich an die Kasse gehen, um zu kassieren? Ja, kein Problem, das mache ich gern. Wurden Sie bitte ins Lager gehen, um neue Waren zu holen? Tut mir leid, aber ich muss hier gerade das neue Regal aufbauen. Vielleicht später. Konnten Sie für mich mit der Zentrale telefonieren? Ja, das kann ich machen. Warum gestern? Auf dem Bild sind zwei Männer. Sie tragen einen Anzug. Ich glaube, sie sind im Büro. Beide stehen an einem Computer und sie streiten sich. Ich glaube, der eine Mann hat den Kopierer kaputt gemacht. Oder er hat vielleicht die Sache vom anderen Mann auf den Boden geworfen. Auf dem Boden liegt nämlich Papier. Ich denke, einer der beiden Männer geht gleich zum Chef. Oder er geht nur raus und beruhigt sich wieder. Vielleicht kommt auch noch eine Person in das Zimmer und alle reden miteinander. Ich würde mich gerne mit dir unterhalten. Warum? Was ist los? Jeden Tag benutzt du mindestens zwei Stunden den Kopierer. Ich kann manchmal selbst gar keine Kopien machen. Oder nur viel zu spät. Oh, das tut mir leid. Aber der Chef hat mir so viele Sachen gegeben, die ich kopieren soll. Ja, aber auch andere müssen Sachen kopieren. Wie können wir das Problem denn losen? Ähm, wie wäre es, wenn ich einen Plan mache und ich versuche auch, oft am Nachmittag zu kopieren? Da ist ja meistens nicht mehr so viel los. Ja, das ist eine gute Idee. Ich kann dir bei dem Plan auch helfen. Ich denke, er sollte zuerst mit den Kollegen sprechen. Ja, das ist besser, als sofort zum Chef zu gehen. Äh, und was soll er ihr sagen? Meiner Meinung nach sollte er sagen, dass er manchmal Probleme hat zu arbeiten, weil es im Büro so laut ist. Ja gut. Und er kann sie bitten, leise zu telefonieren. Ich denke, er sollte am besten in einer Pause mit ihr sprechen. Oder was meinst du? Ähm, in einer Pause mit ihr zu sprechen, finde ich auch gut. Bei der Arbeit ist sie vielleicht zu gestresst und wird nur sauer. Und was kann er machen, wenn sie trotzdem laut telefoniert und sich nicht ändert? Naja, ich denke, dann muss er doch zum Chef gehen. Vielleicht hat er eine andere Lösung oder er spricht mit beiden zusammen. Und dann geht's mir Move-Els, die jetzt noch zu machen. Und dann geht's mir aufhörst. Und dann kann ich mich nicht mehr aufhörst. Und dann kannst du dich aufhörst. Und dann kannst du auch erinnern. Vielen Dank.